Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich habe nur gerade gesehen, Clone Wars Official Trailer, Clone Wars Saved, Hashtag. Star Wars The Clone Wars Official Trailer. Was wird das sein? Oh mein Gott. Sind es neue Folgen? Der Name ist Rex, aber Sie werden mich als Captain oder Herr. War, das nicht mit einer Garentee kommt. Nein Soldat wird die Promete von Sicherheit. Mein Designation ist Trooper 27-5555, Sir. Wir haben ihn Fives. Das ist Echo. Ich bin Commander Cody, Ihr neue Boss. Sir, ja, Sir! Wir sehen uns ein paar Schinders, Commander. Look around. Wir sind ein und der gleiche. Gleiches Herz, gleiches Blut. Ihr Training ist in Ihr Blut. Mein Blut ist bei einer Faltung. So soll ich nicht die Idee, wie Sie die Zeit haben? Das ist unser Wunsch. Das kann nicht gut sein. Wir können die Wolken sehen. Wir können sie 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 sehen. Das ist eine neue Folge. Ein warmes Leben. Das sind die unfertigen Klonus-Freudeln. Entgekommen. Ich möchte heulen. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Oh mein Gott. Einfach, dass nach all der Zeit, wo sich die Fans gewünscht haben, dass Klonus fertiggestellt wird, dass es jetzt nach 10 Jahren so weit ist, dass Klonus wirklich fertiggestellt werden darf. Ey. Disney Lucasfilm erbt einiges wieder gut bei mir. Oh mein Gott. Wir kriegen Staffel 7 und vielleicht 8 zu sehen. Nein. Alter, ich könnte grad heulen. Ahsoka, wie sie aussah. Ich bin grad einfach nur... Star Wars-Animationsserien sind einfach der Shit. better trainiert. Mit der Angst hat aufbeten.